Letztes Jahr habe ich einen Jungen gesehen, der hat sich für eine Sorge gemacht. Ich dachte, oh verreckt der Kind, hat der Herz in Wahrheit. Ich dachte, geht es dir gut? Dann habe ich ihn gefragt. Dann hat er mir seine Uhrzeige gesagt. Nein. Meine Smartwatch hat einfach vibriert. Auf dem nächsten Termin. Der Shampoo gesagt, so einen Scheissdreck brauchen wir heute. Ich habe hier meine Agenda, da ist alles drin aufgeschrieben. Ich habe noch keinen Termin verpasst. Alte Schule. Wie der Shampoo lebt. Bis zum nächsten Mal. Euer Shampoo.